so leute einmal eine etwas ungewohnte sicht ihr seht mich jetzt hier in der nähe von meinem pc und so weiter eine sicht die auf einem anderen kanal jetzt etwas öfter vorkommen kann und zwar hier link ist in der beschreibung es ist ein podcast und zwar radio rafnika der liebe robin aka gamery hat mich gefragt ob ich mitmachen möchte bei diesem podcast bei diesem austausch und ich habe gesagt ja ich will direkt und es hat die erste folge auch schon sehr viel spaß gemacht natürlich muss ich erst mal einfinden dieser podcast war auch jetzt schon länger mit einer anderen konstellation vor ort aber da hat sich jetzt was geändert und dementsprechend bin ich eingesprungen ich würde mich freuen wenn die leute die es interessiert dort drüben ein abo da lassen die leute die auch generell so meine blackie erklärt blackie zeigt oder sonstiges in dieser richtung interessant finden oder auch news interessant finden oder meinungen interessant finden werden da auf jeden fall auf ihre kosten kommen und generell ist dieser podcast style relativ interessant für mich weil ich habe das auch noch nie gemacht ist sehr sehr cool es hat mir sehr sehr viel spaß gemacht dementsprechend würde ich mir wünschen dass ihr alle darüber geht dass ihr das alle irgendwo unterstützt und eben euch das mal anschaut dem ganzen eine chance gibt und wenn ihr sagt gefällt mir abo da lasst damit die nächste folge dort nicht verpasst des weiteren wird robin noch ein bisschen eigenen content bringen habe gehört er ist auch nicht so schlecht natürlich findet ihr die podcast folgen auch über spotify und andere kanäle soweit ich weiß die sind auch unten in der video beschreibung auch wenn ich da nicht so viel ahnung von habe und dementsprechend kann das immer noch zu viel anführen sei es sollte das sein dann schreibt mir das in die kommentare dann kann ich das noch verbessern ansonsten war es das für diese ankündigung und ja ich hoffe ihr bleibt gesund wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin alle blackseat ciao ciao